Ready? Ähm... Gut, ich fahr vor... Ist so NW, nordöstlich, oder? Ne, das ist... Nordwestlich ist das hier. What? Äh, nordöstlich. Äh, scheiße. Naja, ist ja nicht schlimm. Verwirren wir sie erst mal. Richtig, ist ja richtig. Ähm, kurz... Wir fahren vor, ne? Ja, einfach nordöstlich, sorry. Du musst wegen Commander-Sicht vorfahren. Ja, mach ich schon. Ups. Ähm... Ich komm nicht in die Commander-Sicht. Shadow, bist du drin? Äh, ne, ich bin gar nix drin, ich bin Fahrer. Äh, kannst du aber in die Commander-Sicht gehen? Ja, nur in der Komma, oder? Ja, wie geht denn das überhaupt? Mit dem Entferntaste, also mit dem Komma-Taste bei NumBlock. Ja, ich komm nicht rein. Das ist schlecht. Das kann der halt da links unten noch die ganze Auflistung hat. Ja, wer hat denn die? Äh, du, Wunderlampe. Nein. Ich bin nicht, ich bin nicht, äh, als, äh, Dings da. Direkt da bin ich nicht drin. Jetzt, komm fahren. Wer gibt denn die Befehle? Äh, ich zähl. Der hat ja gar keine Befehle. Also, passt auf. Ich muss euch sagen, ich entscheide, wenn, äh, die Aktion, wenn was jetzt sein sollte, werde ich entscheiden. Ich hoffe, ihr werdet mir dabei helfen, äh, die Entscheidung, äh, auch zu, äh, treffen. Auch, äh, wenn was, wenn ich was falsch, äh, machen sollte, bitte, äh, dann, äh, das... Ey! Das ist so ein Heli. Das ist so ein Heli. Äh, äh, Respekt! Ja, das meine ich. Eigentlich, dürfen wir anhalten, wenn wir uns die Helikopter vom Himmel holen? Eigentlich schon, aber wir fahren jetzt weiter. Ein bisschen Abstand halten zu dem anderen. Hinter, Hunter, ja, Abstand halten. Der Tempest, die sinkt voll. Ja, dann fahrt nebeneinander, ist egal. Äh, wer sieht jetzt eigentlich alles hinten drinne? Nicky, Timmy, Paul. Hinten im Hunter sitzt Vortex. Okay. Und? Nicky, Timmy, Paul und Vortex. Ich weiß nicht, ob dieser Tempest... Passt ein Tempest in die Lagerhalle rein? Tempest? Ja. Kann sein. Kann sein. Nein, nein, stopp nicht. Schade. Verflugte Scheiße, weil damals war das auf dem... Stopp, 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 vorne, stopp. Also dann haben wir Munition, passt rein. Also ich denke schon, dass der reinpasst. Ja. Die Drohne folgt uns? Ja. Okay, perfekt. Auch unsere Drohnen? Ja. Also wir haben Munition, passt in die Lagerhalle. Der Hunter passt rein in die Halle. Ja, klar. Es geht aber um den, äh, um den Dings. Ja. Ja, ja, einfach. Der Tempest kleiner. Der Tempest ist doch kleiner als der Hemet, denn passt er in die Lagerhalle. Alter, 60 beschüssene Spieler. Insgesamt 60 beschüssene. 59 Spieler lassen, Alter. Gegen 10 Cops. 50 gegen 10 Cops. Ja, ja. Es sind aber auch gegenseitige Teams, die sich gegenseitig abballern. Ne? Also die, die kämpfen auch gegen... Ne, aber die Lagerhalle disconnecten schon. Die Lagerhalle disconnecten schon. Die Lagerhalle disconnecten schon. Also die anderen ballen sich doch gegenseitig ab. Ja, ja. Es gibt nur einen Gewinner. Der Hubschrauber ist vor uns. Ja. Willst du da mal drauf schießen? Ja. Aber nochmal was ganz kurz. Wenn ihr eure Drohne auspackt, dann schießen die Rebellen die Drohne kaputt nicht, dass ich nachher nicht mehr filmen kann und sie drängen. Ja. Ich muss eröffnen. Hellcat. Geht der Tempest oder wie läuft das hier? So. Bei der Tempest, die sich bei uns voll. Ja, okay. Wir fahren weiter, wir fahren weiter. So, Moment. Ja, die Hellcat, die sind jetzt nur bei uns am Arsch. Ja, genau das dürfen wir nicht verlassen. Die dürfen nicht an unserem Arsch kleben bleiben. Ja, du kannst sie aber nicht abhängen. Wenn, dann musst du sie abschießen. Ja. Richtig. Ihr habt ja Links dabei. Ja, ja, wir haben Links dabei. Aber wenn ich, ich versuch den, äh, oh, da ist ein Huron. Oh, rechts, fahr rechts hin. Fahrt direkt zu dem Huron. Zum Huron? Ja. Die haben da Links gestartet, äh, die haben da einen Strider oder einen Offroader haben. Geht drauf. Ja, ganz ehrlich, ich würd hinfahren, wenn der landet. Abknallen. Tempest, fahr weiter. Wir fahren da hin, oder was? Ihr fahrt weiter. Nein, ich weiß nicht. Wende im Konvoi. Nee, 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 komm her. Das ist zu weit weg. Okay, gut. Wir können uns jetzt nicht trennen. Wir können nicht trennen. Rechts hinten und so welchen Huron gesichtet, der irgendwas getragen hat. Ja, ja, der hat einen Offroader gehabt, oder einen HMG Offroader, glaub ich. Oh mein Gott. Roffel. Definitiv Roffel. Ja. Da fliegt mal einer mit den Drohnen bitte hin und spottet. Verstanden. Ich hab genug Essen und trinken. Ich hab genug Essen und trinken. Äh, Shadow? Ja. Ich würd nen Hinterhalt vorschlagen. Wir können uns ja auch mal vielleicht kurz im Wald verschanzen. Mir ist sehr egal. Äh, mal einfach halt ein bisschen abzuwarten, dass die uns dann nicht... Ich hör wieder was, warte. Ja, Hellcat kommt von unten. Ja, Hellcat kommt von unten. So, ähm... Tempels, treib bitte unter die Bäume. Da hinter uns ist die Hellcat. Ja, Hellcat ist unter uns. Zu spät. Die sieht uns mit Dingens Sicht. Ja, wir können sie vom Himmel holen. Ja. So, der Dings bleibt bitte unter den Bäumen. Äh... Huron kommt auch. Bewegt euch. Da ist... Oh mein Gott. Was ist alles in der Luft? Ja. Da kommt noch ein Hellcat. Und der Huron. Zwei Hellcats und Huron. Ja, Shadow baut mal Verteidigungsposition auf da vorne. Verteidigungsposition aufbauen. Wir müssen weiterfahren, Leute. Ja, fahrt weiter. Alter, wisst ihr was von links alles noch kommt? Ja, los, komm dann, go. Weiterfahren. Weiterfahren. Lass uns nicht aufhalten. Ja, da ist der Offroader mit dem AMG. Ey, da sind wir wohl die Schießketteile. Fahr in Richtung von dem Dingens. Stefan. Genau, fahr direkt hin, fahr hin. Kurz vorher stehen bleiben. Und dann aufsteigen und draufschießen. Oh, fuck. Du darfst alles rein. Gut, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Stop, stop, stop. Du darfst alles. Rammen ist erlaubt. VDM nicht. Stop, 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 stop. Aber AMG. Aber AMG. Wenn er sich nähert, schießt. Wenn er sich nähert, schießt. Ich bin ausgestiegen. Auf und fährt. Geradeaus. Ich bleib im Auto drin, unter das Fahrrad oder soll ich rauskommen? Ja. Wir dürfen aber nicht, das muss man dann schießen, oder? Der Tempestfahrer muss drinnen bleiben. Der darf nicht aussteigen. Ich sitze aber auch drinnen, alles gut. Okay, einschneiden. Alter sind das viele hier auf heißer. Vorsicht. Knappe steck ein. Links ist der Huron. Lass die Tür offen. Wo ist der scheiße AMG hin? AMG ist hinter einem Hang. So. Linke Seite von Tempest. Achtung. Passt auf, dass sie nicht disabled werden. Bitte die Tür schließen während der Fahrt. Part weiter. Komm doch rein. Rein, rein, rein. Timmy, Paul. Yo, yo, yo. Okay, Funkdisziplin einladen. Halten wir Hunter uns westlich oder links vom Tempest am besten. Ne, wir werden rechts am besten schieben können. Vorsicht, Stein. Wir brauchen hier den zweiten Hunter, der uns rausholt. Einmal den zweiten Hunter, bitte. Schnell. Ja, wir kommen. Hitsch mal ganz leicht an. Ich du darfst fahren. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Tempest bitte stoppen. Bei uns müsste irgendwo der Opfurt sein. Der Opfurt HMG. Der müsste links im Schilf sein. Also passt bitte auf. So, los geht's, los geht's. Hier im Schilf irgendwo. Fahr dich direkt dahinter. Fahr ein bisschen hinter uns her. Hinter dem Tempest. Bisschen zur Seite. Welche Seite? Links vorne, links. Da vorne, kommt da. Also in welchem Bistrom. Fahr direkt. Wo ist der? Tempest. Links, links, links. Da ist er, der HMG. Mach die Tür auf. Komm, aussteigen Leute. Aussteigen. Aussteigen. Raus aus dem Fahrzeug. Ihr seid gleich hin. Gut gemacht. Otti, Otti. Halt einmal kurz an. Halt, ich komme raus zu deiner Seite. Alla Mut. Weg damit. Weg damit. Ein Hunter. Achtung. Ein Hunter. Hinter dem Gebäude vor uns. Alla Mut. Hey, schön für mich. Rein. Ja, coole Sache. Alle drin? Oder? Rein, anders. Passt weiter. Weiter. Warte. Wo ist der Medik? Wo ist der Medik? Wo ist der Medik? Es steht wieder einer auf dem Offroad? Ja, das Problem ist... Aussteigen. Ja, aussteigen. Schön. Ich steige auf deiner Seite aus. Ja, warte. Ich bin da und scheiße. Wer ist denn hier noch? Ich sehe den Scheiß. Offroad nicht. Warst du klar? Ja, das sinkt da hoch. Geh mal kurz ins Haus hoch für ihn. Schießen. Der Offroad ist disabled. Diese kleine Haus, was da ist. Da haben wir noch zwei Personen. Ja, warte. Ich muss den Hunter... Ich reparier den Hunter. Ja. Habst du kapriert? Leute, ich muss Alarmut nachladen. Geh mal die Meisterung, die auf einer rechten. Wer ist wieder? Stopp. Der Oti nicht losfahren. Ich bin hier in Sekunden. Ja, sauber. Allerdings ist das... Der Schütze ist tot. Oti, sind da noch Leute? Da rennt noch einer hin. Dürfen die Medics eingreifen. Ach, er hat er beschossen. Die Medics dürfen eingreifen. Die dürfen aber auch ohne Probleme erschossen werden. Okay. Sprich, die werden sich da raushalten. Der nächste ist tot. Beim Dings. Ähm. 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 Golden Hunter. Auf die Huron. Lebt in der Huron noch jemand? Weiß ich mich. Das ist in welcher Richtung Strand gelaufen. Ähm. Was ist bei Huron? Weiß ich schon. Weiß ich schon. Aber ich sehe keine Person mehr. Achso, da krabbelt noch einer. Da krabbelt noch einer. Wo? Da vorne. Weiter. Komm weiter. Ja, links vor dir. Da den Busch. Haben. Gut. Äh. Steigen wieder ein. Los. Go, go, go. Go, go. Huron ist nicht derselbe. Weiterfahren. Ja, der Rest ist tot hier. Weiter. Ja, weiterfahren. Komm. Rein, rein, rein. Ich bin dabei. Neben dir. Der Sunko, hinter dir. Ey, wir werden beschossen. Von wo? Rein, 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 rein. Ich bin drin. Was denn? Für mich steht hier alles. Der scheiß Hunter steht hier noch. Ja, der steht ja auch. Sie sind doch noch nicht losgefahren. Jetzt, äh. Ja, nein. Ich meine, der Buck hat noch da, als ob er den, äh, jetzt steht. So, können wir weiterfahren? Ja, los, go. Weiter geht's. Weiter, Alter. Wie viel Verlust? Bitte kurz ansagen. Einer. Eine. Also ich bin nichts gestorben. Okay. Blackburn hat ja auch kein W-Stotter. Ja. Der ist schon wieder begangen. Ja, dann zwei. Pass auf, Zaun. Ich hab kein Repacket mehr bei. Ich bin erstmal das Repacket angeboten. Boah, ich hab aber eins. Ja, der AMGG wieder. Wo ist der? Hinter uns. Da hinten irgendwo hinter den Mauern. Bei dem kleinen Haus ist der irgendwo. Ja, egal, egal, egal. Weiterfahren, 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 weiterfahren. Äh, passt auf. Jetzt, jetzt... Will sich jemand hier rauslassen? Und, äh, mit RPG? Wir sind jetzt in dieser Situation. Wir fahren direkt zur Bank. Das heißt, äh, äh, wir müssen direkt dahin. Das, was wir jetzt haben... Ja, und direkt Kruppentransporte bei uns. Das, was wir jetzt haben... Nehmen uns, also, neben Tempest. Äh, kurze Frage. Damit ich mich revive, darf ich wieder eingreifen? Korrekt? Nein. Es gibt keine Medics. Doch, es gibt keinen Eingreifen. Wo willst du hin? Wo willst du hin in Tempest? Gibt keine Eingreifen. Oti, bitte fahr direkt zur Zentralbank. Okay, der bewaffnete Offroader ist wieder bereit. Der fährt wieder hinter euch her. Ich seh's gerade vom Dead Screen. Ja, ja, komm, fahr weiter. Da folg mir, folg mir, folg mir. Fahr, 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 fahr. Soll ich nochmal die Message raushauen, dass der... Dass der Ding jetzt nicht zerschalten darf? Wir fahren... Folg mir einfach, bitte. Äh... Das ist doch klar. Das ist doch klar. Fahr auf die Hauptstraße. Ja, fahren wir jetzt auch. Deswegen... Da rechts von uns, vor uns, steht ein Huron. Ähm... Mohawk? Ne, Huron. Mit Schützen rechts davon, glaub ich. Aber ich seh's jetzt nicht genau. Ja, ich seh, ich seh den Spieler. Nicht anhalten. Einfach in Bewegung bleiben. Nicht anhalten. Der einzige, die anhalten sind die Hunter. Der Tempest fährt sozusagen weiter. Äh... Tempest geht durch. Da ist so wie Zickzack oder irgendwas, damit sie euch nicht treffen können. Weil so seid ihr das Verfahren des Ziel. Da oben ist Bench. Warum mit Bench? Passt auf. Loi. Guck mal wie... Der ist voll beladen. Der ist voll beladen. Fahrt weiter, fahrt weiter. Wir kommen gleich auf die Hauptstraße. Wollen weg, lass uns zu hier. Ei, ei, ei. So. Ich bleib an der Karte dran. Vor uns ist der Checkpoint. Wir sollten den Checkpoint durch die Salzbüste noch rumfahren. Ja, machen wir. Den Checkpoint werden sie dicht machen. Okay, vorne nach links abdrehen bitte. Haube vor uns. Haube vor uns. Haube vor uns. Ja, ja, der soll hovern. Geht aber runter. Wenn der runter geht, schießen wir direkt ab. Ja, mit was denn? Komm, 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 steigt keiner aus mit RPG schnell. Hallo. Nein, der ist auf der Füge zu starken Bewegung. Lüns, ne, Lüns, Lüns, wenn jemand hat. Deppes fährt weiter. Okay, einsteigen. Weiter fährt auf. Fahr einfach weiter. Einsteigen. Hören zu. Der zweite Wagen wird dann einfach wieder aufschließen. Wir übernehmen kurz die Führung. Salzwüste lang? Nein, Salzwüste. Das gibt's doch nicht. Scheiße. So, Leute. Wo ist der Tempest? Wo ist der Tempest? An der Salz. Wir haben die Führung kurz übernommen. Leute, da müssen wir jetzt so schnell wie möglich durch, ne? Ja. Heizen, heizen, heizen. Ich kann hier bis, äh, fast Kavala gucken, alter. So. Links und rechts Deckung geben. Der Schieß. Links wird geschossen, links. Der Hunter. Der Hunter auf der AMG. Äh, der, der, der AMG. Schieß ab uns. Schieß ab uns. Ja. Tot, tot, tot. Ja, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Komm wieder rein, komm rein. Aufsitzen weiter. Oh, den spreng ich jetzt noch. Weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da. Achso. Oh mein Gott. Da steht keiner mehr. Fail, egal. Aufsitzen weiter. Wo ging das schon zuerst? Ich, 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 ich. Steh doch. Fahr hin, Fahr hin. Ich bin rausgestiegen. Äh, aufmachen. Okay. Komm, Leute, ihr müsst nachrücken. Nachrücken. Wir fahren noch zu rein. Wir müssen bitte kurz. Die kann da rechts fahren. Auf der Straße. Achtung wegen der Hellcat. Ja, Tempest bitte Geschwindigkeit verringern. Vielleicht so zickzack fahren, aber die Hellcat hat mich dran. Ich muss die Dings reparieren. Äh, ich muss die Dings reparieren. Ja, schieß dann einfach auf. Wir machen das hier vorne noch. Nix machen. Erst, äh, erst wenn ich repariert habe. Fahr mal weiter. Die anderen fahren schon weiter. Fahrt weiter, fahrt weiter. Ah, jetzt kommt Zeus Musik auch noch. Ich würd grad sagen, hey, Mosky. Ist hier grad eingeschlagen. So. Sind wir repariert? Nein, noch nicht. So, ich würd mal sagen, zwölf Millionen weniger. Ja, Alter, neben uns einmal kurz die Hellcat runterholen, bitte. Los geht, los geht, los geht. Einmal volles Feuer auf die Hellcat. Und... Schadow, schau nach hinten. Schau nach hinten. Warte mal, Otti, Otti. Schau nach hinten. Nein. Bleib nicht stehen bleiben, weiter. Das ist geil. Das passt sich grad so. Schuss. Oh Leute. Ja, die scheiß Hellcat. Ja, die scheiß Hellcat. Ja, die kann nicht schießen. Ja, ich stelle auch. Schau nach hinten. Scheiß drauf, wir haben noch 6,5 Kilometer. Also, entweder wir wir umsetzen. Wir müssen weiter. Ja, ja. Wir schießen wieder auf. Wenn ihr landen solltet, fahrt einfach rechts, biegt einfach ab. Einfach weg von denen. Ja, wir sollten nicht so lange Hauptstraße fahren. Ja, wieder auf Offroad. Der spottet uns für seine Kollegen. Der hovert über uns, damit die wissen, wo wir sind. Ja, also, gib Gas und wir knallen ihn von hinten ab. Wir sollten aber links Offroad fahren. Am besten, oder? Guck mal, da kommt rechts ein Wald. Hoffentlich stürzt er an. Ja, das sind wir. Friendly. Ja. Bleib stehen, bleib stehen. Ja, der dreht, der dreht. Ja, der hat Probleme, der hat Probleme. Hans. Ja, ist egal. Oh, scheiß, wir kommen gleich in die Stadt, ne? Ich glaub, da warte ein Hinterhalt auf uns. Ihr nehmt ihn, nehmt ihn. Wir schließen zum Jephes wieder auf. Jo. Tempest, bitte kurz warten. Das ist ein Verlangen. Stattdor nach rechts über das Heroinfeld. Weil ich glaub, da warte ein Hinterhalt auf uns. Stopp, 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 stopp. Hunter drin. Ja, ja. Ey, Stütz ab! Boah, der hat Amok gemacht. Ja, das war Queenie. Das war Queenie. Aufsetzen, aufsetzen. Aufsetzen, weiter. So, äh, wir sehen wir da hinter euch, oder? Tempest kommt von links. Äh, äh, Hunter kommt von links von uns. So, die haben uns wieder fort übernommen. 5,5. Ja, ich bin hier. Perfekt. 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 Ja, ich schäm mich mal ein bisschen zu euch. Ich bin Eros. Greenie, was ist es? Das war Absicht. Das war Absicht. Ich wollte einen Hunter zerstören. Aber, äh, weil ich eh nur Wettig im Team hatte. Und Wettig, das ist ein kleines Pisskind. Das kann eh nix, von daher. Okay, gut. Der Rest war tot. Bitte Ruhe bewahren. Weiter geht's. Ja. Wir sind noch 4,9 Kilometer. 12 Millionen sind uns sicher. Äh, wir haben bisher jetzt nur zwei verloren. Wir haben zwei Teams ausgeschaltet fast. Und zwei Cops verloren. Verluste haben wir zwei. Äh, wer, wer, äh, ich hab einen Cop bei mir im Auto gesehen, der ist verletzt. Ich halte kurz an. Red, äh, heilen bitte. Ich hab den einen Hunter nur gesehen, hinterm Haus da, diesen goldenen, ne? Da wollte ich mit der RPG drauf schießen. Denkt an euer Essen. Essen, trinken. Und immer schön Red Gull drin haben. Und gerade in dem Moment hat einer um die Ecke geguckt, dann hab ich den voll weggeputzt mit der RPG. Okay, weiter. So. Dann zu. Äh, einen wir uns drauf, der Fahrer macht die Tür auf und zu. Ja. Okay. Passiert das. Also ich fahre und dann fertig. Dann mach ich auf und zu. Ja, ich wollte auch den Hunter mitnehmen, aber ich hab die Stromleitung nicht mit berechnet. Hahaha. Tempest noch hinter uns? Ja, Tempest noch hinter uns. Äh, Shadow Tune machst du, ne? Weil ich... Ja. Ihr spied ein bisschen. Wie gesagt, ich fahr, ihr spied. Guckt, ob irgendwas ist. Also ich hab kein Repair-Kit mehr. Äh, eins ist noch im Hunter. Okay, dann hol ich einen raus. Äh, für mich. Lass es, lass es noch drinnen. Okay, dann lass ich's drinnen. Weil ich hab auch keins mehr. Okay, gut. Äh, RPG ist noch eine im Arzt. Hab ich schon geholt. Die, die, die Dings, die Rakete hab ich jetzt geholt. Brauchen wir uns aus dem ersten Hunter aktuellen RPG-Rakete? Nee, danke. Ich hab noch ein Mix. Ich hab auch zwei dabei. Also eine Blinde und eine Infiziere. Also ich hab noch, äh... Wegen euch bald noch vier Medicals dabei, ne? Oder fünf. Du brauch... Wir haben einen extra Verbandskasten. Du brauchst keine... Leute, 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 Leute. Ja? Ja? Kurze Frage. Wollen wir bei der Kohleverarbeitung über Offroad versuchen an die Bank ranzukommen? Nee, würd ich nicht machen. Das ist ein Berg. Ich bin noch über die Kohleverarbeitung. Das ist ein Berg. Das ist ein Berg. Ich würd südlich fahren. Fahr südlich. Und dann, äh... Hinterausgang? Nee, 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 nee. Ja, das Problem ist, wenn wir... Wir müssen durch, äh... Oder an Telors vorbei. Da wird ein Lichter haltbar. Ich würd... Ich würd jetzt... Südlich von der Kohleverarbeitung runter den Feldweg entlang. Und dann einfach, äh... Je nachdem, äh... Die erste nach rechts oder die zweite nach rechts. Wir können auch so machen. Der Hemd bleibt im Schilf irgendwo stehen. Und die... Das erste Fahrzeug geht's verspotten, um zu gucken. Ich fahr querfeld ein, Berg hoch und hab dann 2,4 Kilometer aktiv noch. Oder wir fahren einfach über die Küste drüber. Also oben... Nur noch kleiner Tipp, dass das geklärt ist. Der... LKW muss vor dem Bankgebäude stehen. Also nicht nur im roten Kreis drin. Achso? Ja, klar. Das ist schon klar. Wir fahren den rein. Keine Angst. Das... Nee, es geht nicht nur. Es geht mir nur darum, nicht dass ihr dann da steht, abgeknallt werdet. Okay, okay. Ähm... Folgendes. Wir werden es so machen. Ein Hunter bleibt beim Hemd und äh... Wir verstecken uns erstmal und dann spotten. Äh... Gucken, wie wir das dann reinkommen. Äh... Oder wenn... Wenn nicht, dann können wir auch dementsprechend die erstmal abknallen und dann da reinfahren. Ja. Wenn wir die vorher sehen. Achtung, ich werde wahrscheinlich gleich mit meinem Tempest auf das Eventziel treffen. Bitte nicht. Was? Eventziel, der soll sich verpüssen. Er wird abgekalt. Er wird abgekalt. Er ist ein Sanitäter. Er hat Pech gehabt. Schreibt... Schreibt mal bitte einer, der... Ich mach, ich mach. Der darf hier auf jeden Fall... Guck, schau mal. Hey, die ist wieder da. Hellcat über uns. Äh... 1,5, wo ist der Tempest? Hinter uns. 1,9. Sollen wir nicht, äh, Timmy, wieder ein kleines bisschen spotten gehen? Ja, wir machen auf. Wir gucken, ob der Eingang offen ist. Dann machen wir mit O den Eingang auf und fahren dann um die Zentralbank rum. Pass auf. Manche Leute haben auch Nagelbänder in ihrem Haus, ne? Wenn wir auf den letzten Metern noch repären müssen und beschossen werden, das wird nicht so einfach. Ja, deshalb... Guckt ruhig auf den Boden. Äh... Timmy, fahrt zum Haupteingang. Also linke Seite. Mach da auf. Und wir fahren auf den hintereingang. Linke Seite. Also links fahren jetzt. Wo ist das? Also direkt an der Hauptstraße. Die sollen denken, dass die den Haupteingang ankommen. Die die andere dort nicht aufmachen. Wir sollten denken, dass die hier nach den Haupteingang ankommen. Wir sollten denken, dass die die nach den Haupteingang ankommen. Vor uns sind sie ankommen. Wo sind sie? Hier sind 2 vor uns. Ja, wir kommen wieder. Hier sind 3 Spieler weg! Fahr weiter! Fahrt weiter! Warte! Komm rein, komm rein, komm rein! Fahr links! Tempest links fahren! Tempest links fahren! Wir kommen von da hinten, wir flagieren die hier! Lade mich mal mit dein Atlas ein und gib mir... Eicht die Distanz! Einfach weiterfahren, weiterfahren, schön weiterfahren! Macht hier euer Tor auf, macht es auf! Aber klar doch, Chef! Passt auf ne Augebänder auf! Da ist ein Strider! Pass auf, da ist ein Strider! Ja, da liegt noch einer! Das sind zwei! Wieder rein mit euch! Der Hunter könnte jetzt kurz aussteigen! Da kommt ein Huron! Da kommt ein Huron! Da kommt ein Huron wieder mit Fahrzeug! Ey Jungs! Was machen wir jetzt? Ein Hunter fährt vor, andere gibt es immer noch... Fahren wir? Hinten rein? Komm mit! Komm mit Tempest! Wir verfolgen uns bitte! Komm mit Tempest! Seid ihr erster oder zweiter! Erster! Wir sind zweiter Hunter! Folg uns! Folg uns! Wir fahren hinten rein! Schnell! 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 Tempest! Fass! Warte! Schnell! Tempest! Versuch! Fass! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Fass im Gegenband an!